Was geht ab, liebe Kaspar-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. No Time MMA, Oleksandar Usyk und Anthony Joshua haben ihr erstes offizielles Face-Off schon gestern bei der Pressekonferenz gehabt. Jetzt haben sie nochmal so eine Show gemacht in einem Ring, der da von sehr, sehr vielen Zuschauern, die wirklich auch belustigt waren von diesem Kampf, einfach umrandet wurden. Und dass die da einfach die beiden angefeuert haben, die hatten da auch nochmal einen Face-Off, haben da so ein bisschen Show gemacht, Schattenboxen. Sehr, sehr interessant. Usyk hat um AJ rumgetanzt als Provokation. Da wird was richtig, richtig Geiles auf uns zukommen. Mega Promotion. Ich denke, beide sind hungrig und haben Bock. Guckt es euch jetzt gerne an, lasst ein Like und ein Abo da. Viel Spaß bei diesem Video. Guckt es euch jetzt! Guckt es euch jetzt! Und ich will nicht, wenn ich die Finger auf den anderen. Come on, Finger! Oh, 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 oh. Applaus 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 DAD Vielen Dank.